Wir stehen vor dem Bundeskundheitsministerium. Wir demonstrieren rund 500 Beschäftigte in Krankenhaus Charité und auch ihre Unterstützerinnen. Wir fordern mehr Personal im Krankenhaus und Entlastung. Die Lösung von den steigenden Häuser ist, mehr von uns ist besser für alle. Denn in der Tat gibt es keinen Menschen in dieser Gesellschaft, der nicht ein Interesse daran hat, dass es genug und gut bezahltes Pflegepersonal in den Krankenhäusern gibt. Heute in der Demonstration sind neben den Beschäftigten auch andere Arbeiterinnen, z.B. im Tankgarten Berlin oder im zweiten Krankenhaus von Thermeister, Vivantes. Alle zeigen ihre Unterstützung und eine ganz wichtige Lösung ist auch, dass wir einen gemeinsamen Streik von allen Krankenhäusern in Berlin brauchen. Also das bedeutet, ein Streik nicht nur von den Pflegenden von der Statistik und von Vivantes, sondern auch von den Töchterunternehmen wie VSG und CFM und auch anderen. Denn die Krankenhäuser sind jeweils ein Betrieb, haben jeweils eine Belegschaft und alle sollten nach jeweils einem Trieb der Praxiszeit werden.